moin zuckerfreunde willkommen zu einer weiteren folge echo echo und ja geht weiter waren jetzt die werkbank zum reparieren von werkzeug einmal ist durch dann haben wir das jetzt auch irgendwas schwimmt da doch oder da geht doch darum ja egal das muss er hingeworfen Wo war das bloß? Hingewerft? Ja. Ich hab den in den Bagger und schaufel den wieder auf. Irgend so ein Ochser hat hier ganz schön Mist gebaut. Ich wusste gar nicht wer das gewesen war. Rassel Mensch oder? Ja. Ne Kaktus war es. Das war ein Kaktus. Das war alles ein Kaktus. Das war irgend so ein Kack-Kaktus. So, ich weiß jetzt auch nicht mehr was ich noch machen soll. Du scheiß Vieh. Bleib doch mal stehen. Tiefer. Höher. Too hungry to work. Fickt euch doch. Ach, er lässt mich so weit weg von zu Hause. Du hast was zu essen, Harald. Nein, ich glaube ich nicht. Na toll. Ich dachte nicht, dass ich so lange weg bleiben würde. Guck mal, da sind Früchte am Baum. Komm und schnapp sie dir. Oh, 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 Otter. Otter, Otter, Otter. Hab ihn. Ah, Bella. Papaya. Wie war das noch bei den Minions? Otter. So. Ne, das will ich nicht. Zack. Papaya. Stoppen wir uns mal alle in den Hals. Was? Da können wir wieder arbeiten. Wir müssen ja was tun für unser Geld hier. Oh, 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 oh. Nein, ja. Möchte ich abbrechen. Nein, da. Ne, doch. Ja, stimmt. Oh, Mann. Ich berehe ja auch den Kopf gefallen, natürlich. Jage ich ein Tier, um es auseinandernehmen zu wollen. Auftrag abbrechen. So, jetzt. Vorbereitetes Fleisch. Stellen wir auch mal. Firma. Dann kommt jetzt wieder... Warum hau ich da eigentlich noch gegen, Alter? Das ist doch grün. Entweder ist es jetzt... Ne, kann ich auch noch kaputt machen. Also jetzt bin ich so tief, dass hier schon wieder was anderes kommt. Kann ich nur noch nicht sagen, was, weil ich bin grad voll. Ich muss kurz mal meine Lieferung nach draußen bringen hier. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, dann machen wir noch in die hier. Ich weiß nicht, wo ich bin. where ist das denn gescheuert. Oh Gott. Ah, okay, jetzt kommen wir wieder auf Granit. Wir sind auf Granit gestoßen. Ist das toll. Ach so, ja, ist ja was anderes. Was ist was anderes? Der Stein. So, dann... Er trägt ja nur eine Sorte Stein, der Kollege hier. Na, das ist ein bisschen nervig, da gebe ich dir recht. Oh, ich wäre auf eine Müde. Was? Ne? Lagerfeuereintopf. Da muss man erst mal so ein bisschen durchsteigen hier, was man jetzt alles machen kann, soll, darf. Mhm. Das ist halt die Frage, ey, lohnt sich das jetzt noch hier weiter zu machen? Ja, das ist halt genau die Frage. Nachher steht es davor, jetzt fehlte noch ein Stein, dann wärst du durch gewesen. Ja, so ein Bleistift, ne? Oder du gräbst dich genau ein da dran vorbei, und das ist halt alles irgendwie, hm. Ah, ich weiß, ich weiß, ich geh jetzt noch ein bisschen tiefer, aber ich... Ich grabe mir jetzt einmal durch den Berg durch, fertig ist die Laufel. So, was kann ich jetzt mit dem rohen Braten machen? Das ist ja jetzt auch wieder eine gare Sache. Lagerfeuerbraten benötigt, fortgeschrittenes Lagerfeuer, kochen zwei. Der kocht zwei, so. Habe ich noch nicht. Also Granit geht jetzt nach unten, oder was? Aber der restliche Stein bleibt... Ich bin ein bisschen frustriert, glaubst du das? Nö, irgendwie nicht. Ist doch alles wunderbar. Läuft doch wie ein Schnürchen. Dann kannst du ja hier weitermachen. Nö, mein Inventar ist voll mit Stein. Ja, meiner auch. Ja, ein Typ wär schön. Vielleicht sind wir aber nur zu blöd. Müssen wir nach unten, müssen wir... Zu nach oben. Müssen wir zu einem Fluss. Vielleicht... Ich hab keine Ahnung. Befindet sich das nur in speziellen Steinen? Müssen wir eher Richtung Wüste, oder... Ja, das ist jetzt die Frage. So ein bisschen, äh... Man hat's ja gefunden, aber was man jetzt... Dass man jetzt, äh... Mehr davon finden kann, oder einem die Option gegeben wird, Dass man jetzt mehr finden könnte, ist ja auch nicht, ne? Ja, nicht so richtig. Dass man mit ein bisschen Eisenerz jetzt irgendwie... ...nen Metalldetektor finden kann, oder? Das wär toll. Ja, auf jeden Fall... ...müssen wir... ...ja... ...weiß ich... ...ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich die ganzen Berge auseinanderknüppeln, ...und irgendwann finden wir mal Eisenerz hier, oder was auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist ein bisschen frustrierend. Also war das wahrscheinlich auch echt nur Glück, dass wir den Gneis gefunden haben. Na, bestimmt ist das das Seltene. Ach, am Arsch bin ich zu hungrig zum Arbeiten. So, am Arsch. Na, frisst ganz schön viel, ne? Das ist wie im richtigen Leben, würde meine Frau jetzt sagen. Hm. Könnte reicht haben. So, das Let's Play ist an dieser Stelle beendet. Ja, das war Staffel 1, danke fürs Zugucken. Ja. Äh. Wir hören auf, kein Eisenherz in dem Spiel. Es gibt zwar Schildkröten, das hat spielenswert gemacht. Ja. Schildis. Aber jetzt ist es vorbei. Kein Eisenperz. Epoche ist im Arsch. Eisenherz? Kein Eisenherz. Was? Eisenherz? Ach se, du hättest Eisenherz oder so, glaub ich, eben gesagt. Oder ich hab mich verhört. Ganz klar verhört. Ah, ja. Bin ich jetzt auch schnell gesagt. Jo, ist doch hübsch. So, jetzt sind die Papaya's hier da ja auch alle. Das heißt, wenn ich das nächste Mal Hunger hab, muss ich den langen Rückweg antreten, glaub ich. Ja. Ja. Ja, wir haben einen Mopfel gefunden. Ich dachte, das sind Pilze. Aber dachten sie, wir haben auch keine Leuchten, ne? Oh no, nooos! I got a tombfish. I got pine apples. Und Pilze, alter, jetzt habe ich was zu fressen, jetzt reiß ich den ganzen Berg ab. Aber sowas von. Boah, weiß ich, wie viel Luft ich noch habe. Was sagt er dir, ich kann nicht mal tauchen, ist viel schlimmer. So, ich bin jetzt fast auf dem... Hier, Alter, wie tief geht denn das? Wie taucht man denn? Steuerung. Steuerung. Ach so, ja. Und mit der Tasse geht's wieder hoch. Ich sollte vielleicht auch was essen dann, ne? Ja, also, ich bin jetzt ganz schön tief. Muss sagen, ich habe immer noch kein Eisenerz gefunden. Aber ist jetzt auch nicht Raft, ne? Also... Das kommt natürlich auch noch dazu. So, das sieht ein bisschen komisch aus, da klopfe ich mal drauf rum. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie bist du, glaube ich, gerade im falschen Spiel, mein Freund. Was ist es? Basalt. Ja, sehr schön. Das war ja toll. Hat sich gelohnt? Nein. Nein. Es ist gerade ein bisschen schade. Ja. Ich würde gerne weitermachen. Bis jetzt. Ja, wir haben das ja vorhin alles in dem anderen Gestein gefunden. Dann suche ich jetzt erstmal das andere Gestein. Ich weiß ja nicht, wo das mehr oder weniger vertreten ist. Ja. Ja, du sagtest ja in dem orangefarbenen, ne? In dem Stein, oder? Oder in dem weißen. Ähm, warte mal. Ja. Das ist Gneiss. Und das ist... Eisenerz. Ja, das Problem ist halt... Es war definitiv ja in diesem... Ach, ja, ist das toll. Äh, jetzt bin ich auch müde. Was heißt müde? Sauerstoffmangel. Mhm. Muss da mal schnell hinlaufen. Ich bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin... Bin da. Und es ist... Sandstein. Da habe ich den Scheiß gefunden. Und Sandstein ist für mich in der Wüste. In der Wüste ist dann also... Eisenerz. Das heißt, ich gehe jetzt von hier aus nach Süden. Sieht nämlich stark nach einer Wüste aus. Da sind auch... Ähm... Ähm... Ey, wie heißen die Dinger denn? Kaktus, Mann. Verdammt nochmal. Ich sitze hier fast neben einem. Aber, okay. Okay, dann schwimme ich jetzt einmal auf die andere Insel. Ich will, dass es wissen. Weil die... das ist glaube ich auch eine Wüsteninsel. Andy wills wissen. Ja. Typisch Andy. Typisch Andy. So, haben wir die auch weg? Gut. Jetzt sind sie nicht mal lustig. So. Kakteen. Aufnehmen. So. Kaktusfeige. Oh, da habe ich noch Bier von. Nice. Ich glaube... Ich werde mir gleich ein kaktusfeige Bier holen. Oh. Ein ausgestopfter Wapitti. Wapitti. Duuuu. Duuuu. Geil. Hier drüben ist Eisenerz. Ist nicht dein Ernst. Aber nur so ein bisschen. Hier stehen gerade eins, zwei, drei, vier Dinger rum. Okay. Die Frage ist nur, wenn ich die jetzt aufnehme, kann ich damit gleich schwimmen? Äh. 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 Ja. So. Ich kann sie nicht sagen. Ich auch nicht. Aber, also deine Vermutung mit der Wüste war gut. Weil ich bin jetzt hier drüben auf dieser anderen Insel, weil ich wusste, dass das Wüstengebiet ist. So. So. Aber ist auch echt nicht viel. Wenn ich jetzt hier tiefer gehe, ist das... Ist das Gneis? Gneis ist da auch. Oh Gott. Ich schwimme damit. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja. Ich kann da mitschwimmen. Ah. Ich glaube, dass das auch erstmal langt für das, was ich vorhabe. Boah. Wanderberry, Alter. Das ist so geiles Zeug. Ich... Ich trinke Tee. Schöne Chemie. Ach komm. Tee. Mit dem gesunden Scheiß, willst du mir jetzt hier irgendwie... Ein schlechtes Gewissen einreden. Du hast es erfasst. Ja Leute, ich beende das jetzt Playball. Was? Das ist ja nicht mehr zu ertragen mit dem Jungen. Ich verstehe nicht, was du hast. Ist doch hier alles, äh, Chico. So. Du hast übrigens recht. Wenn man sprintet, verliert man schneller von dem Nahrungskram. Und das auch mal nicht zu wenig. So. Was? Ja, nice. Hier kam gerade... Ach so. Wuhu. Also, wo müssen wir jetzt hin? Also... Ich war... Wenn du jetzt mal die Map aufmachst... Hab ich. Ist direkt hier über... Nördlich von uns eine Insel. Yo. Und auf der war ich eben drauf. Ne, entweder auf der... Oder sogar auf der anderen da. Hä? Auf der links. Naja, aber... Das ist ja auch Wüstengebiet. Auf jeden Fall... Hab ich eben im Wüstengebiet ein bisschen... ...gefunden. Wenn du nördlich gehst, haben wir noch eine Insel. Und wenn du die drehst, im Endeffekt... Ähm... Dass du weiter in den Westen... Da ist noch eine Insel. Und ich glaube, auf der war ich eben drauf. Also, du sagst einen Horden. Ja, da... Kannst du ja mal probieren. Kannst du ja mal rüberschwimmen. Bin ich grad bei. Dann müssen wir erst mal gucken... Was wollte ich denn überhaupt bauen? Warum brauchten wir jetzt das Eisenherz? Ähm... Das ist jetzt die Frage. Es geht um den, ne? Geht es um Eisenbachern vielleicht? Okay. Ja, auch. Aber wir müssen ja... Ähm... Schlacke. Was wollten wir denn herstellen? Irgendwas Technik... Ingenieurstechnisch... Rings-to-Mission-Verlegenheit. Ja, aber es ging auch um Eisenbachen, weil... Ich glaube... Äh... Wo war denn unser... Der Ufen ist ganz, ganz hinten... Oh, ich war dann an einem Forschungstisch. Weil es ging, glaube ich, um Fertigkeitsbuch... Äh... Schmelzen! Genau! Eisenerz! Weil wir können nämlich noch keine Eisenbarren schmelzen, wenn ich nicht vorher einmal mit Steinziegel arbeite. 20 Stück. Und wir brauchen Holz. 20... Genau! Das schmelzen! So, dann machen wir mal... Holz... 20... So... Und dann brauche ich ganz normale Steinziegel... Kalk... Kalk... Kalksteinziegel... Oder gibt es auch normal Steinziegel? Ne... Da... Steinziegel... Dafür brauche ich... Stein... Alter... Stein... Aber für die Stein... Ganz normalen Stein... Haben wir keinen ganz normalen Stein? Natürlich! Musst du herstellen! Achso... Ja... Gut... Natürlich! 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 Ja... Das machst du irgendwie aus jedem Stein... Egal welcher Art... Machst du... Stein! Stein... Wo mach ich das nochmal? An deinem Steinmetztisch... Wo alle Steine aufgeteilt sind... Da werde ich ja irre, ne? Geil! Was bist du denn für ein Tier, Alter? Ja... Verarbeiteter Kalkstein... Und verarbeiteter... Granit und so... Ein dickohrenscharfes Kadaver! Mit Kalkstein macht man das... Verarbeiteten Kalkstein machst du... Kalkstein... Ich brauche doch nur Stein, Alter... Wer ist das? Granit? Ich werde bescheuert, ne? Drei Steine hier oben weggehauen... Ich habe Eisenerz... Okay, doch da... Verarbeiteter Stein... Hast du mir zugehört? Was ist das? Eisenerz... Ich habe drei Steine weggehauen... Und ich habe Eisenerz... Ja, so ging es mir ja auch eben... Auch mit Graben... Mit Buddeln hier, Alter... Ne, das jetzt nicht... Ich habe die gleich oben... An der Oberfläche gefunden... Sag mal... Ne, ne... Ich habe mich einfach mal... Jetzt hier reingegraben... Wirklich nicht... Und du bist auf der Insel, oder was? Ja, ich bin hier drüben... Ja, okay... Geil... Bau mal ne Brügge... Bau mal ne Brügge... Wie? Das ist jetzt die Frage... Brauchen wir da nicht erstmal... Ingenieurskunst? Nur noch einfach Holz... Und baue selbst ne Brücke... Wie du ein Haus gebaut hast... Hätte ich jetzt gesagt... Mh... 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 Einmal ne Stand... Wo die Bubble... So... Fertigkeitsbuch schmelzen... Dafür... Da... Dafür... Können wir ein Boot bauen? Ah... Okay... Das kriege ich wieder nicht hin, weil... Ein Boot? Da hab ich noch nicht nirgendwo gesehen, ne. Die laufen hier alle genau vorm Bogen, ey. Komische Viecher. Warum haben die keine Angst vor Menschen? Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Stein. Steine sind ja nicht genug da. Aber Holz. Ich hab ja nur 15 Tragen. Wie jetzt? Das war's schon wieder? Ein Stück... Ja, Eisen, Erz und Dezitrat. Das ist ja jetzt irgendwie deprimierend. Aber wir müssen wahrscheinlich die ganze Wüstenlandschaft auseinander nehmen. Und wenn jetzt noch der Stein gleich fertig ist, dann sind das nur 11. Ich hab noch 20 herstellen wollen. Das Schöne an diesem Kalkstein ist halt einfach wirklich erst... 1-Head, ne. Fehlend. Fehlend. Okay. 20, mehr kann ich nicht aufnehmen. Okay. Ist okay. Scheiße. Das ist ja gar Granit. Das ist ganz krass. Das ist ganz krass. Da ist wieder der Eisen, Erz. Da ist wieder der Eisen, Erz. Ich? Ja, nö. Alles gut. Ich weiß gar, wo du bist. Na, jetzt hier drüben. Doch, klar. Seh ich schon wieder nix, ey. Na gut, die Folge ist auch vorbei. Dann gucken wir mal in der nächsten Folge, dass wir Schmelzen fertig kriegen. Und dann muss ich mal in Ruhe gucken, mit was wir bei dem Schmelzen weitermachen wollten. Wir bedanken uns fürs Zusch... Wir bedanken uns fürs Zuschauen, sehen uns in der nächsten Folge. Und ich sag bis in der Antenne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.